Neun wichtige Änderungen für Rentner zum Januar oder für den Januar 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Jahr 2024 ist ja bald da, der Dezember 2023 neigt sich dem Ende entgegen und jetzt wird ja im Internet ganz, ganz viel über Änderungen für das gesamte Jahr 2024 berichtet. Aber in diesem Beitrag geht es nicht um diese Änderungen, die vielleicht irgendwann mal im Jahr 2024 losgehen könnten, sondern es geht wirklich um die Änderungen, die schon im Januar 2024 für Rentnerinnen und Rentner wichtig sein können, die da greifen können. Steigen wir einfach mal voll ein. Los geht's mit der ersten Änderung. Ich habe da schon mal eine Folie vorbereitet für Sie. Und zwar haben wir die erste Änderung Erhöhung der Regelbedarfstufen, Grundsicherung für Rentner und auch für die Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen und dort auch in der Grundsicherung sind, um circa 12 Prozent. Sie kennen die gesamte Diskussion um diese Anpassung der Regelbedarfstufen im Bürgergeld oder in der Grundsicherung. Darauf möchte ich in diesem Video keinesfalls eingehen. Das ist eine müßige Diskussion, denn die Gelder werden ja am Ende Dezember 2023 für den Januar 2024 ausgezahlt. Und das Bundesministerium für Arbeiten Soziales hat gesagt, da gibt es keine Änderungen. Zweite Änderung. Steuerlicher Grundfreibetrag steigt ab dem 01.01.2024 auf 11.604 Euro. Dazu hatte ich auch schon mal was gesagt, könnte vielleicht sogar noch ein Stückchen höher gehen. Schauen wir mal, hat Auswirkungen auf viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, zumindest bis zum 30.06.2024, wenn es dann zum 01.07.2024 eine Rentenerhöhung geben sollte, könnte dann wiederum hier das Böse erwachen für den einen oder anderen kommen. Auch Lohnempfänger dürften ab Januar 2024 sich über eine kleine Nettolohnerhöhung freuen. Aber das muss dann im Einzelfall jeder mal selber prüfen. Der Besteuerungsanteil, dritte Änderung, der Besteuerungsanteil in der gesetzlichen Rente steigt ab dem 01.01.2024 auf 83 Prozent von 82,5 Prozent im Jahr 2023. Ob das wirklich dann so viel ausmacht, ob man dann im Jahr 2023, also jetzt noch zum Beispiel am 20.12.2023 noch die Rente für Dezember beantragt, wenn man das kann, ob das wirklich so viel steuerlich ausmacht, ich weiß es nicht. Aber für Sie interessant, der steuerfreie Anteil der gesetzlichen Rente bei Rentenbeginn 2024 liegt dann bei 17 Prozent. Vierte Änderung, das vorläufige Durchschnittsentgelt steigt von 43.142 Euro auf 45.358 Euro ab 01.01.2024. Das heißt, deutliche Verteuerung für freiwillige Beiträge zum Beispiel, aber auch deutliche Verteuerung für Ausgleichsbeträge, Minderung von Altersrenten, wenn man das für die Zukunft vorhat, dort was zu zahlen, dann wird es deutlich teurer. Das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2022 beträgt aktuell noch mit Stand 20.12.2023 38.901 Euro und das wird dann als endgültiges Entgelt auf 42.053 Euro hochgehoben. Auch da gibt es wiederum entsprechende Änderungen in der Rentenberechnung und in der Höhe der Renten. Meine Damen und Herren, dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Änderung, die noch niemand wirklich richtig auf dem Schirm hat. Und zwar hat der Bundesrat am 15.12. Ich werde dazu noch ein extra Video drehen. Am 15.12. folgendem Bundesgesetz, welches am 9.11.2023 durch den Bundestag gegangen ist, zugestimmt. Und zwar gelten ab dem 1. Januar 2024 sechs Monate arbeiten, volles Arbeiten oder höheres Arbeiten als eigentlich erlaubt. Neben dem EM-Rentenbezug dann als Renten- und schädlicher Wiedereinkliederungsversuch. Das ist wirklich eine Bombenregelung, wo ich sage, ja, da hat der Gesetzgeber wirklich mal blickig gearbeitet und hat hier was Gutes eingeführt. Das heißt also, für diejenigen, die eine volle oder teilweise EM-Rente beziehen und versuchen wollen, wieder in einen Job reinzukommen, Da gilt jetzt nach dem neuen Paragraf 43 Absatz 7 SGB VI, dass bis zu sechs Monate Arbeiten, volles Arbeiten oder höheres Arbeiten als eigentlich bei der bewilligten Rente erlaubt, dann als Renten- und schädlicher Wiedereinkliederungsversuch. Ich werde zu diesem Thema noch ein etwas umfangreicheres Video drehen. Denn sechste Änderung, freiwilliger Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rente steigt ab dem 1. Januar 2024 auf 100 Euro und 7 Cent. Da bitte auch aufpassen, Sie können im Dezember 2023 noch zu etwas günstigeren Regelungen freiwillige Beiträge einzahlen. Dann eine siebte Änderung, die auch vielleicht nicht jeder so auf dem Schirm hat. Das SV-Meldeportal ist was Neues, löst das SV-Net ab. Und zwar ab dem, das ist schon etwas länger im Gespräch, ab dem 16. Januar 2024 kann dann zum Beispiel kein Antrag mehr auf eine A1-Bescheinigung durch Selbstständige gestellt werden. Ab dem 29.02.2024 wird das SV-Net komplett abgeschalten. Dann muss alles über das SV-Meldeportal gemeldet werden, was an rentenversicherungsrechtlich wichtigen Informationen, zum Beispiel Arbeitsentgelten, gemeldet werden muss. Meine Damen und Herren, dann eine ganz große Regelung oder wieder mal achte Änderung. Welche Geburtsjahrgänge denn überhaupt zum 1. Januar 2024 erstmals in Rente gehen können? Und zwar starten wir da mal mit der Regelaltersrente und da kann der Geburtsjahrgang 01.01.1958 erstmals am 01.04.2024 mit Vollendung des 66. Lebensjahres die Regelaltersrente in Anspruch nehmen. Die ist, wie Sie wissen, immer abschlagsfrei und es reichen fünf Beitragsjahre als allgemeine Wartezeit für die Anspruchsvoraussetzung. Wer am 02.01.1958 geboren wurde, kann erstmals dann wieder im Sprung zum 01.02.2024 in die Regelaltersrente gehen. Meine Damen und Herren, die nächste Altersrente, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Versicherte, die in der Zeit vom 02.04.1962 bis zum 01.05.1962 geboren wurden, können erstmals zum 01.01.2024 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen veranspruchen. Der Rentenabschlag beträgt dann in diesen Fällen 10,8 Prozent. Voraussetzung ist, ich brauche 35 Jahre Wartezeit und den Grad der Behinderung 50, mindestens, also mindestens 50, GdB 50 und zwar ab Rentenbeginn. Wer am 02.05.1962 geboren wurde, kann erstmals wieder zum 01.02.2024 die Altersrente in Anspruch nehmen. Dann die dritte Altersrente, unsere auch nicht unbeliebte Altersrente für langjährig Versicherte und da geht's los. Wer am 02.12.1960 bis zum 01.01.1961 geboren wurde, kann erstmals zum 01.01.2024 die Altersrente für langjährig Versicherte in Anspruch nehmen. Mit Vollendung des 63. Lebensjahres, das können Sie sich sozusagen dann auch ausrechnen. Dazu wird aber noch, wie bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen, eine Wartezeit von 35 Jahren benötigt. Wer am 02.01.1961 geboren wurde, kann erstmals wieder nur zum 01.02.2024 in die Altersrente für langjährig Versicherte gehen oder diese beanspruchen. Dann noch, last but not least, unsere beliebteste vorgezogene Altersrente, die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Und die können zum 01.01. und die Geburtsjahrgänge, die in der Zeit vom 02.10.1959 bis zum 01.11. oder einschließlich 01.11.1959 geboren worden sind, können mit Vollendung des 64. Lebensjahres und zwei Kalendermonate diese abschlagsfreie Altersrente erstmals zum 01.01.2024 in Anspruch nehmen. Voraussetzung ist, ich brauche 45 Jahre Wartezeit ab Rentenbeginn. Das ist ganz wichtig. Wer am 02.11.1959 geboren wurde, kann erstmals dann zum 01.02.2024 diese Altersrente in Anspruch nehmen. Meine Damen und Herren, und bitte nicht vergessen, Rentenantrag stellen. Ohne Rentenantrag gibt es im Normalfall keine Altersrente. Und die letzte und auch wichtige Änderung im Januar 2024 ist wieder die Frage, wann wird die Rentenkohle gezahlt? Und da geht es los. Und zwar für die Januarzahlung, also die nachschüssige Zahlung erfolgt am Mittwoch, dem 31. Januar 2024. Das ist der letzte Bankarbeitstag im Monat Januar 2024. Die Überweisung für den laufenden Monat Januar 2024. Wer seine Rente vorschüssig gezahlt bekommt, das heißt also für den Monat Februar 2024, der bekommt auch am 31. Januar 2024 die Rentenzahlung ausgezahlt. So ist es im § 272a SGB VI, das ist die Regelung für die vorschüssige Zahlung gesetzlich geregelt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Es gibt sicherlich noch viele, viele andere, für Sie auch wichtige Änderungen im Januar 2024, also die genau im Januar 2024 losgehen und starten. Aber ich denke, neuen Änderungen sind schon mal ganz schön viele Änderungen und deshalb soll es damit auch seine Bewandtnis haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie rentenbescheid24.de gewogen. Nutzen Sie unser Informationsportal auf www.rentenbescheid24.de immer mit aktuellen, frischen, neuen Informationen zum Thema gesetzliche Rente. Aus den Händen des Teams von Rentenbescheid24.de Rechtsanwälte oder gerichtlich zugelassene Rentenberater. Ich wünsche Ihnen alles Gute, eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.